hallo willkommen in das spiel matrix und wir nähern uns halloween und ich habe euch ein besonderes schmankerl heute mal mitgebracht und zwar viele von euch kennen sicherlich charlie brown und die peanuts der große kürbis in der folge geht es darum dass der louis an den großen kürbis glaubt und die ganze nacht im kürbisfeld verbringen und charlie brown ja der lässt sich dann halt irgendwie anstecken verkleidet sich als gespenst das ist natürlich dann nicht so lustig und ja was halt mega fieses der bekommt halt nur steine und es hat eigentlich eine ganz lustige sache und der snoopy der kämpft dann halt irgendwie noch gegen den roten baron ich würde auch nicht so viel sagen vielleicht kennt ihn der eine oder andere noch nicht jedes jahr den film also ist eigentlich bei uns schon tradition genau und der gibt es halt in unterschiedlichen ausführungen halten ich hier die zeit so eine remastered deluxe edition da gibt es noch eine bonus folge alles fauler zauber da geht es um snoopies zaubertricks so soviel dazu der soll aber heute einfach mal nur als kleiner anreiz da sein denn ich habe von schleich etwas gefunden und das möchte ich euch mal zeigen das sind nämlich die peanuts und die große kürbis party und ich fand die einfach so toll und ich muss euch die unbedingt mal zeigen ja die sind hier in so einen schönen ja schaukasten würde man sagen und ja ich packe den mal aus ich weiß aber nicht ob da irgendwie sowieso irgendwie noch was drin ist aber ich glaube nicht ja das hat so eine schöne szenerie quasi und ich weiß gar nicht ob man das hier irgendwie abkommt ich glaube nicht müsste man irgendwie also ich mache den erst mal los ja ist halt eben auch nach dem film dem film halt nachempfunden von schleich und haben wir halt dieses jahr neu entdeckt und deswegen dafür da müssen wir euch unbedingt mal zeigen dass ja die sind halt mega süß und die sind auch nicht so groß so dass man sich die auch wirklich irgendwo hinstellen könnte oder so passen so den film zu so ja ausgepackt haben was und ja muss man sagen jede menge müll also okay die muss man halt sicher hier ist irgendwie keine folie darum ein bisschen extrem viel müll in der kappen plant wird sich nicht freuen aber darum geht es jetzt nicht die box wollte ich noch mal kurz zeigen ist wirklich eine schöne szenerie sollte man halt vorsichtig sein ich habe hier auch den aufkleber abkommen wenn man da vorsichtig ist dann kommt man den gut ab hier ist die szenerie und die kann man halt so schön reinschieben und dann hat man wirklich schon so kleinen ja so kleinen schönen schaukasten hier sind die kürbisse alles so ja fangen wir mal an hier ist der snoopy ja das sieht halt mega toll aus und ich glaube die sind aus vinyl also irgendwie so ein hart vinyl snoopy sieht schon ziemlich echt aus und der ist echt putzig also ja ich finde ihn echt cool also auf jeden fall der sieht cool aus also ist halt auch wirklich schon detailgetreu ja sehr gut nachempfunden finde ich der serie und wer da fan ist der wird sich da auf jeden fall drüber freuen er soll sich das set auf jeden fall holen ja ich finde dazu halloween ist ja auf jeden fall total geil hier ist charlie brown ja ja der arme der hatte echt nur steine bekommen und man kann man ja dann wir können dem ja dann bonbon reinstecken ja also wer der mitleid hat ja genau und linus 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 ja aber wir sind doch man kann ja charlie charlie brown oder charlie braun sagen das ist ja egal und die sprechen auch deutsch also wieso soll der nicht linus heißen na gut luchs und linus jetzt wird's verrückt also ja also der linus hier der sitzt halt auf dem kürbis und der wartet halt schon sehnsüchtig auf den großen kürbis ja der träumt von süßigkeit wird ein bisschen von snoopy attackiert aber ich finde halt die haben die so toll gemacht aber dafür ist er schlecht bekannt also der sieht echt super toll aus die werden ja auch von hand bemalt die fleischfiguren und die sind auf jeden fall echt schön zum spielen und auch zum sammeln für sammler auch total toll ja ich finde halt für halloween so ein kleines gemick also zeig mal was hast du da hinten noch für den kürbis finde ich die schon schön den kürbis da den flüschkürbis zeig dir mal das ist unser kürbis maskottchen ja um den soll es jetzt eigentlich hier nicht gehen aber aber kurz zeige weil ich finde nämlich so alles halt hier nach von von teil von der firma und ja die machen immer so halt diese diese beanies genau das ist halloween diese flüschfiguren und ich finde die machen halt für halloween auch total tolle flüschfiguren einfach die sind immer total so super süß aus auch teilweise mit glitzer augen so große augen und ja ja ich fand den halt süß ne ich der lag halt in einem laden und ich muss den halt haben ja der ist ja auch toll da gibt auch spinnen und geister und alles mögliche halt eben auch von also ja so kurz am rande erwähnt ja das ist ein kleiner ein kleiner kürbis sieht doch toll aus das ist der große der große kürbis genau von dem träumt er der linus ja so viel zu charlie brown wenn ihr charlie brown auch toll findet dann lasst uns doch mal einen kommentar da vielleicht ein abo und ein like und wir sehen uns dann nächstes mal bis dann tschüssi bis dann